Ja, hier ist er wieder, Geisterfahrer Silvano Tujach, Abonnent Robby, den ich jetzt leider persönlich nicht kenne, hat mir kürzlich geschrieben, ja Herr Tujach, jetzt sagen Sie doch mal ganz klipp und klar, gibt es jetzt Ihrer Meinung nach den Klimawandel, ja oder nein, wie stehen Sie dazu? Ja, lieber Robby, es ist nicht einfach, das mit einer klipp und klaren Antwort jetzt kundzutun, ich fange mal so an, das sind jetzt so die letzten Worte zum Klimawandel und zwar, es kam letzte Woche eine Wissenschaftlerin im Fernsehen, die gesagt hat, mein Gott, jetzt bei diesem Klimawandel im Sommer, diese Hitze, diese Hitze und die Leute werden aggressiv, es ist bewiesen, diese zunehmende Sonne macht alle Menschen aggressiv. Ich habe davon in meinem 70-jährigen Leben noch nichts gemerkt, ich bin immer aggressiv geworden, wie die Sau, wie der Augsburger sagt, wenn es fünf Tage hintereinander geregnet hat. Also was das für eine Wissenschaft sein soll, das entschließt sich mir eigentlich nicht. Dann kam am selben Abend noch ein Bericht, ich glaube sogar im Zusammenhang mit dem Wetterbericht, hat ein Meteorologe gesagt, ja, wenn wir dieses Jahr jetzt passieren lassen, dann ist er als allererstes auf den November eingegangen und hat gesagt, ja, der Klimawandel hat sich ja auch gezeigt im November, als es diese warmen Tage gegeben hat. Lieber Mann, ja, ich verweise wieder auf mein Alter, seit ich 20 bin, hoffe ich jedes Jahr auf diese schönen Tage, die es immer im November gegeben hat, nahezu immer, ja, und nicht erst seit zehn Jahren oder seit dem Klimawandel. Dann hat er auch noch gesagt, ja, wenn wir das Jahr passieren lassen, der Mai war nicht so toll, der Mai war eiskalt, ja, aber Juni, Juli, August stimmt auch nicht. Im Juni sind amerikanische Freunde am 20. Juni gekommen, die haben das Land sofort wieder verlassen, Deutschland, weil sie sagen, sie wollen doch nicht in Grönland bleiben und haben hier das Weide gesucht. Aber den absoluten Vogel abgeschossen hat in dem Zusammenhang ein deutscher Fernsehfilm, halt nichts von deutschem Fernsehfilm, das ist ganz nebenbei, der lief letzte Woche, spielte im Jahr 2036, wo alle Länder dieser Welt Deutschland den Prozess machen. Ihr seid schuld am Klimawandel. So, Deutschland wird jetzt von der ganzen Welt, vor allem von China angeklagt. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht, ich höre nicht recht von China. Nur nebenbei, es gibt in China seit 20 Jahren unterirdische Kohleflöße, die rauchen und qualmen seit 20 Jahren auf einer Größe eineinhalb Mal so groß wie Deutschland, die mehr CO2 ausstoßen jeden Tag als sämtliche Autos und Flugzeuge und Maschinen und Kohlekraftwerke in ganz Deutschland. Solche Filme erfüllen erfüllen für mich den Tatbestand der absoluten Volksverhetzung. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ja, vielleicht nochmal so drei Gründe für meine Skepsis zusammengefasst. Zum einen sind für mich diese Klimawandel-Horrorszenarien apokalyptische Vorstellungen und sogar in der Wochenzeitschrift der Zeit war großes Dosier drin im Zusammenhang mit Klimawandel über apokalyptische Vorstellungen und Visionen, die der Mensch anscheinend braucht. So wie in den 70er, 80er Jahren die Atomgefahr, die Raketen ganz reell natürlich war. Das ist der eine. Anscheinend braucht die menschliche Psyche diese Bedrohungsszenarien. Das zweite ist, ich habe immer den Eindruck, dass es hier für die Politiker eigentlich eine ganz bequeme Sache ist, die Sache mit dem Klimawandel. Denn, ja, die Politiker sind außen vor. Die können ja immer auf die bösen Konsumenten verweisen, die mit ihrem überbordenden Konsum den Klimawandel hier durch ihre Flüge und so weiter veranstalten. Es ist nämlich so, dass der Klimawandel ja kein personifizierbarer Feind ist. Es gibt natürlich personifizierbare, in Anführungszeichen von mir aus, Feinde wie Putin oder wie der chinesische Staatspräsident. Aber da traut sich niemand was sagen. Da traut sich niemand was sagen. Da, also von China aus, kommen die Gefahren viel größer. Das müsste man denen am Klimawandelcamp mal erklären. Aber mit der Situation müssen sie dann in 30 Jahren vielleicht auseinandersetzen, wenn sie Sklaven von den Chinesen sind. Und vielleicht noch eins ist wichtig. In den letzten 20 Jahren gab es weltweit keinen einzigen Journalisten, der jemals die Ergebnisse der Klimawandelinstitute untersucht hätte oder nachrecherchiert hätte. Nein, hier wird vom Postsamer Institut für Klimafolgenforschung werden die Ergebnisse herausgegeben, auch wenn sie absurd sind. So stehen sie am nächsten Tag in der Zeitung, als hätte praktisch Gott irgendwie von oben die Tafeln herabgegeben, auf denen das steht. Es wird einfach geglaubt. Also deshalb bin ich auch ein Medienkritiker natürlich. Das dritte ist noch, Klimawandel ist big, big, big Business. Ich meine, viele wissen ja, einer meiner, nenne ich jetzt nicht so, sagen wir mal Hauptgegner von mir aus, ist dieser Joachim Schellnhuber vom Postsamer Institut für Klimafolgenforschung, den sogar der Spiegel als äußerst dubiosen Burschen bezeichnet hat, der wahrscheinlich mehr narzisstische Persönlichkeit ist als Wissenschaftler. Also es war kein gutes Porträt, das hier geschrieben worden ist, aber dieser Mann bestimmt den Diskurs. Und wenn dieser Mann morgen bei der Frau Merkel anruft und sagt, Frau Merkel, Herr Klimawandel, Sie wissen ja, Klimawandel ist gefährlich, wir brauchen wieder 150 Millionen Euro vom Institut, sagt Frau Merkel, ja, morgen wird das Geld überwiesen, weil es ja Klimawandel, 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 ja. Also Klimawandel ist auch big Business, wo tausende, zigtausende von Wissenschaftlern auf der Welt unendlich viel Geld verdienen, ja. Das sollte man vielleicht auch mal dabei bedenken, dass es einfach auch Business ist, ja. Also nicht nur, Business ist nicht nur die LW und wie sie alle heißen, die hier Strom erzeugen, sondern auch Klimawandelinstitute sind ein Teil von Business, ja. Vielleicht zuletzt noch, ich kenne auch Meteorologen, die sagen, sie haben auch Skepsis am Klimawandel oder an der Diskussion, aber sie dürfen es auf Kongressen nicht mehr äußern, weil einfach diese Meinung oder diese Ansicht nicht mehr gewünscht wird, ja. Weil die natürlich auch sagen, ja, mein Gott, wenn Meteorologen hier Skepsis äußern, dann wankt ja vielleicht dieses Gebäude. Also nicht alle Meteorologen sind hier von diesem Klimawandel-Diskurs überzeugt. So, das waren die letzten Worte zum Klimawandel. Amen. Danke.